Hallo, ich bin die Beysa, bin Kinderheitspädagogin seit vier Jahren hier im Mini-Haus München. Ich arbeite hier im Mini-Haus sehr gerne, denn die Teamarbeit ist ja super. Wir sind hier sehr familiär und das gefällt mir sehr gut. Neben der pädagogischen Arbeit bin ich auch als Influencerin hier im Mini-Haus tätig. Ich nehme Fotos und Videos im pädagogischen Alltag auf und poste sie regelmäßig auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.